Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Sind wir drauf? Hallo! Ich bin Anna Fischer, ich bin die Lila Wir drehen das alles in Berlin und ich bin sehr froh in Berlin zu sein, weil ich schon den ganzen Zeitag nicht mal hier gedreht habe und weil es meine Heimatstadt ist, was soll ich dazu sagen? Seid gespannt, guckt euch den Film an! Ja, ist alles in Ordnung? Ich mach dich fertig! Oder soll ich die Polizei rufen? Ich bin die Polizei, Dezernat für Daumen geschossen Man hört ja immer so die ganzen Rockbands die in den tollsten Hotels absteigen und dann das Zimmer verwiesen Das durften wir auch machen und da durften wir Vasen zerdeppern, irgendwie rumschmeißen Das hat wahnsinnig Spaß gebracht Das ist klar Herr Regisseur Marco hat keinen Bock zu reden, heute ist auch kein Problem Machen wir einfach, Tür zu! Das Ding ist vom Herrn Regisseur Das darf man nicht so drauf zeigen Weil der Wies hat da eigentlich nicht Hallo! Komm mal mit! Wir essen dich auf, was richtig geil ist Ja, wie sogar Also zu viel zur Revisite Siehste das denn? Das ist Chris als Bettwäsche Chris als Bettwäsche Wenn man in so ein Zimmer reinkommt, was komplett zuplakatiert ist mit deinem Gesicht und dann ist auch noch die Bettwäsche irgendwie mit dir bedruckt Das ist schon wirklich skurril Das ist schon sehr lautstark, also das ist Wahnsinn Der Aufnahmeleiter stand immer neben den Mädels mit Honig Also die Mädels haben dann immer Honig gefordert nach jedem Take oder wenn sie nochmal kreischen mussten Natürlich ist es anstrengend für das Team, wenn sie sich die Ohren zuhalten müssen wenn ich anfange zu kreischen Holla-i, 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 Holla-i Wie oft habt ihr Holla-i, Holla-ho gesungen? Hast du mitgezählt? Zu oft Zu oft Definitiv zu oft Holla-i, 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 Holla-ho Man wird nie wieder vergessen den Song Auf jeden Fall Jede Seefahrt Jede Seefahrt Jede Seefahrt Jede Seefahrt Jede Seefahrt Untertitelung des ZDF, 2020